Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg entstand vor 1000 Zuschauern 2 zu 2. Die Pressekonferenz wird wieder zweigeteilt sein. In diesem Zuge begrüße ich auf dem Podium Gästetrainer Robert Claus und Pressesprecher Christian Böhnig. Die Journalisten sind per Video zugeschaltet, schreiben ihre Fragen in den Chat und Christian Böhnig wird sie vorlesen. In diesem Sinne, Christian, ich übergebe das Wort direkt an dich. Anne, vielen Dank. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend und dann willkommen zum ersten Teil der heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Robert, dann würde ich dich gleich mal direkt um deine Analyse nach dem 2 zu 2 bitten. Ja, hallo auch von meiner Seite an alle. Ja, ich glaube am Ende eine gerechte Punkteteilung, ein 2 zu 2, ein sehr gutes Zweitligaspiel mit vielen Offensivaktionen, mit vielen Situationen im Strafraum. Das gefällt mir, diese Art von Fußball, die auch beide Mannschaften gespielt haben. Deshalb können wir und müssen wir auch mit dem Punkt leben in diesem Spiel. Sicherlich, wenn man das ganze Spiel mal sich anschaut und auch auf die Daten und auf die Szenen guckt, dann kann man sagen, dass St. Pauli druckvoller war, mehr Situationen in unserem Strafraum, an unserem Strafraum, hatte auch mehr Abschlüsse, mehr Standardsituationen. Aber im Endeffekt hatten wir klare Torchancen. Da müssen wir dann einfach die machen oder wir müssen besser verteidigen dann in den einzelnen Situationen. Der Elfmeter ist unglücklich, da glaube ich, kann man keinem von uns einen Vorwurf machen. Beim 2 zu 2 rutscht der Ball durch und dann nimmt er den gut ab. Trotzdem glaube ich, dass wir einen Schritt nach vorn gemacht haben in dem Spiel. Wir haben uns gewehrt. Wir haben mit Ball noch nicht die Lösung gefunden, die wir uns vorgenommen haben. Das war ein Schritt nach vorn, aber noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gegen den Ball haben wir gut in der Endverteidigung agiert, haben aber gerade so was so Zweikämpfe direkt in unserer eigenen Hälfte aufsammelt von zweiten Bällen. Da waren wir nicht aggressiv und nicht griffig genug und deshalb haben wir dann auch viele Situationen der St. Paulianer zugelassen. Wenn wir die Bälle gewinnen, wenn wir dort Zweikämpfe gewinnen, glaube ich, kriegen wir noch viel mehr Umschaltsituationen, wie wir uns das ausgemalt haben. Weil immer dann, wenn wir Bälle gewonnen haben, um schnell umgeschalten haben, dann wurde es auch gefährlich, so wie beim 1-0, was wir sehr gut rausspielen bei dem Absetztor von Robin Hack. Ja, und das ist einfach die Aufgabe jetzt, die wir haben. Robert, dann vielen Dank. Und wie von Anne schon angekündigt, lese ich dann mal die Fragen der Journalisten vor. Nico Gehle von der BILD fragt, wie sehen Sie die Abwehrleistung der Mannschaft heute? Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt. Also in der Endverteidigung, gerade was unsere letzte Linie betrifft, sehr gut, weil wir da auch viel verteidigen mussten, auch ganz unangenehm. Immer dann, wenn wir Druck auf den Ball aufgebaut haben und ins Pressing gekommen sind, dann haben sie den langen Ball auf Markienjock gespielt oder Burgstaller, hatten dann viele Spieler drumherum, die den zweiten Ball aufgesammelt haben. Das war unangenehm zu verteidigen. Das war gut. Was mir nicht gefallen hat, hatte ich ja schon gesagt, ist einfach, wie wir die zweiten Bälle gewonnen haben bzw. nicht gewonnen haben, wie wir direkte Duelle gerade im Zentrum bestritten haben. Da mussten wir einfach zu viel zulassen für unsere Kette. Haben dann ja die zweite Halbzeit umgestellt auf eine Dreierkette mit Ball bzw. Fünferkette gegen den Ball, dass wir einfach uns noch besser absichern können, noch besser die Tiefe verteidigen und noch kompakter sind. Da wurde es etwas besser. Trotzdem müssen wir einfach noch mehr Bälle vorher klären. Dann gleich angeschlossen noch eine weitere Frage von Nico Gille von der BILD. Was war die Idee hinter Fabian Nürnberger auf der rechten Mittelfeldseite? Ja, der Fabi ist ja grundsätzlich auch ein torgefährlicher Spieler. Wir haben uns dafür entschieden, mit Tom und mit Gaisi auf der Sechs zu beginnen und Fabi dann im rechten Halbraum spielen zu lassen, weil es das viel mehr Flexibilität dann auch gibt. Und genau das war es ja auch, dass wir eine Halbzeit umstellen konnten, ohne dass wir einen Spielerwechsel vornehmen mussten. Wir konnten Tom nach hinten ziehen und den Fabi dann auf die Acht ziehen im 3-5-2. Und das ist wichtig, dass die Spieler mehrere Positionen spielen können. Das war nicht der alleinige Grund, aber ein Grund dafür. Wie gesagt, Fabi ist auch torgefährlich. Fabi spielt gut den letzten Pass im Umschalten. Wir wussten, dass wir mit dem Felix Lohkämper einen schnellen Spieler haben, der in die Kette kommt. Wir wussten, dass wir einen Robin-Hacken-Spieler haben, der gut in die Kette kommt. Und dann braucht man immer so auch dazu einen Pendant, jemand, der die Bälle auch spielen kann. Und das ist dann eher der Fabi, der die Bälle dann von dort spielen kann. Und das war der Grund. Und eine dritte und letzte Frage von Nico Gehleff. Ein Wort zu Schäfflers FCN-Premiere. Ja, ich glaube, man hat gesehen, was der Schäffel für uns leisten kann. Er hat jetzt ja nicht so lange trainiert, aber die Einheiten, die er gemacht hat, waren gut. So lange, wie die Kraft reicht, wollten wir ihn auf dem Platz ziehen. Das haben wir dann auch gesehen, dass er wichtig ist. Er hat das Tor gemacht, gleich mit seiner ersten Chance. Er hat die Abwehrspieler beschäftigt. Er selber war noch nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel, gerade was so Ballsicherung anbetrifft. Aber man merkt, es ist ein spielintelligenter Spieler, der auch die Situation erkennt, wie wir im Pressing anlaufen, dass er mal seine Position verändert. Das ist wichtig für uns. Und ja, ich glaube auch, dass wir als Mannschaft dann, wenn er auf dem Platz steht, einfach uns noch selbstbewusster sind, weil wir merken, okay, da ist ein Spieler da, der auch mal ein Tor direkt macht mit der ersten Chance. Es gibt uns einfach Halt und Vertrauen. Kommen wir zu Christoph Stühm, der fragt, zum dritten Mal hat Ihre Mannschaft eine Führung verspielt. Gibt es dafür schon eine Erklärung? Würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt daran lag heute. Ich glaube, das hätte auch andersrum laufen können. Wir haben die Gegentore ja nicht kassiert, weil wir uns ausgeruht haben oder weil wir nicht mehr aktiv waren. Das Spiel war eigentlich relativ gleich. Also das lief relativ gleich. Aber wir hatten nach der Halbzeit eine gute Phase und machen dann auch dann das Tor und waren dann auch dann wieder danach auch eigentlich gut, hatten dann auch eine Situation, ohne die großen Torschancen zu haben, aber haben den Gegner von unserem Tor weggehalten. Glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie eine Kopfsache ist oder so. Das wird von außen reingeredet. Aber da sind wir intern relativ ruhig und bewerten jedes Spiel einzeln. Und ja, es gab jetzt Gründe, warum wir die Gegentore kassiert haben. Die habe ich jetzt hier schon analysiert. Und alles andere ist dann eher inhaltlich und weniger auf diesem Thema basierend. Robert, kommen wir zur letzten Frage. Die ist gestellt von Wolfgang Glas von den Nürnberger Nachrichten. Ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Wie beurteilen Sie den Start? Ja, genau so, wie die Ergebnisse sind. Ich glaube, wir haben schon die Punkte, die wir verdient hätten oder hatten in den vier Spielen. Wir haben uns natürlich ausgemalt, dass wir vielleicht den einen oder zwei Punkte mehr haben. Gerade das Darmstadt-Spiel, wenn wir da mit dem Unentschieden rausgehen, glaube ich, hilft uns dann noch. Ansonsten, hatte ich schon mal gesagt, Regensburg verdienter Punkt auswärts. Sandhausen verdienter halben Sieg. Darmstadt ärgerlich mit dem Ergebnis. Mit den Führern waren wir nicht zufrieden. Mit dem Ergebnis hätten wir das 2-2 holen können. Und auswärts ein Punkt auf St. Pauli ist gut, glaube ich, wenn man sich die Heimbilanz von St. Pauli anschaut. Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal verloren haben. Oktober 2019 zu Hause, glaube ich, ist schon eine Weile her. Also, glaube ich, das ist okay. Wichtig ist, dass wir jetzt zu Hause gegen Karlsruhe nachlegen, dass wir dort einen Dreier holen, wenn man auswärts einen Punkt holt und dann mit einem Dreier zu Hause nachlegt, dann ist das gut. Und dann, wenn wir das machen, dann können wir den Saisonstart als gelungen bezeichnen. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich vielen Dank an dich, Robert. Dann sage ich schon mal vielen Dank an dich, Anne. Und übergebe zurück an dich und an Schulle. Viel Spaß noch. Schönen Abend euch. Danke. Ciao. So, dann kommen wir direkt zum zweiten Teil der Pressekonferenz. Timo Schulz, wie fällt dein Fazit aus? Ja, ähnlich wie das des Kollegen. Ich glaube, dass wir ein rassiges Zweitligaspiel gesehen haben. Wir haben, glaube ich, alles in die Waagschale geworfen, was geht. Wir haben extrem viel investiert, gerade im Spiel nach vorne. Viele gute Momente kreiert, rausgespielt, teilweise auch mit langen Bällen auf Simon, den Gegner in die Bredouille gebracht. Und ja, letztendlich ist eigentlich das Spiel so gelaufen, wie man sich das vorher vorstellt. Wir wussten, dass die Nürnberger gut kontern können. Da wirst du nicht alles weghalten können. Das ist einfach so. Und trotzdem ärgere ich mich natürlich, dass es nur ein 2-2 geworden ist, weil ich glaube schon, dass wir mit 20 zu 10 Torschuss und 60 zu 40 Ballbesitz, dass wir schon irgendwo die aktivere Mannschaft waren, dass wir die Mannschaft waren, die den Sieg eher verdient hätte. Aber ja, da weiß man selbst, wie es laufen kann. Wenn man Pech hat, dann kassiert man ganz am Ende noch eins und dann steht man mit leeren Händen da. Von daher ist dann der Punkt okay. Timo, du hast eben schon den Aufwand und den Ertrag angesprochen. Alexander Berthold fragt dahingehend, inwieweit stehen Aufwand und Ertrag heute im Einklang? Geht denn mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel heraus? Ja, das positive Gefühl jetzt gerade für mich als Trainer, das stellt sich ja nicht nur anhand des Ergebnisses dar, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ich glaube, wenn hier heute 30.000 Zuschauer im Stadion gewesen wären, dann hätte das Dach zwei, dreimal abgehoben. Dann wären wir am Ende auch mit Standing Ovations verabschiedet worden, weil die Mannschaft hat wirklich alles rausgehauen und hat alles investiert. Und zwei, drei Spieler mussten mit Krämpfen ausgewechselt werden. Und genauso stelle ich mir ein Fußballspiel vor auf St. Pauli. Und ich glaube, deswegen waren auch die Tausend, die hier waren, wirklich zufrieden. Und letztendlich spiegelt das Ergebnis dann aber auch das Spiel irgendwo ein bisschen wieder. Von daher können wir uns nicht groß beschweren. Alex Heger von Rock Antenne fragt, passend zum Flutlichtspiel war es eine Begegnung, bei der man vom FCSP viel Licht, aber auch einige Schattenseiten sehen konnte. Stimmst du dem zu oder wie findest du das? Ja, wenn es die Schattenseiten nicht gegeben hätte, dann hätten wir das Spiel gewonnen. Aber das gehört dazu beim Fußball, wer viel macht, der macht auch Fehler. Und wir wussten, dass wir heute mit der Aufstellung, mit der Ausrichtung auch ein gewisses Risiko eingehen. Aber ich denke, dass es mir lieber, dass wir mutig auftreten, dass wir nach vorne spielen wollen, dass wir vielleicht ein, zwei mehr Offensive auf dem Platz haben und dann vielleicht auch die eine oder andere Chance des Gegners zulassen, als dass ich irgendwo verwalte, als dass ich abwartend bin, als dass ich nur taktisch irgendwo hinten drinstehe und hoffe, vorne einen rein zu machen. Das wird nicht mein Fußball sein, das wird nicht der Fußball sein, den St. Pauli spielt. Wir wollen nach vorne spielen, wir wollen mutig sein und dann gehören Fehler auch dazu. Michael Ackermann von der BILD fragt, hattest du jemanden als Elfmeterschützen eingeteilt und wie beurteilst du die Leistungen von Salazar? Na gut, wir haben im Training schon häufiger die Elfmeter getestet und ausgespielt und Rodrigo hat sich da als sicherer Schütze hervorgetan. Von daher ist es dann absolut okay, dass er sich den Ball nimmt. Und ansonsten denke ich, dass er sinnbildlich für die ganze Mannschaft steht. Er hat einen wahnsinns Auftrag heute gehabt, viele Ballaktionen, immer wieder mutig angedribbelt, zu Abschlüssen gekommen. Aus Trainersicht, dann muss man ab und zu auch mal wegschauen, dass das von der Positionstreue natürlich nicht mehr, gerade im Defensivverhalten immer so alles so 100 Prozent okay ist. Aber er ist ein junger Spieler, hat wahnsinnig viel Talent, hat das Herz am rechten Fleck. Auch wenn er ihn im Training sieht, der gibt jedes Training 100 Prozent. Und er ist eine absolute frohe Natur, der unserer Mannschaft und unserer Gruppe gut tut. Nicht nur hier in den 90 Minuten, sondern auch am Trainingsgelände und alles, was so drum herum ist, ist da wirklich eine Bereicherung. Oliver Jensen von der dpa fragt, warum bezeichnest du eigentlich Salazar als Wundertüte? Das sagt man dann einmal und dann wird einem das immer wieder vorgehalten. Letztendlich ist es so, wenn man Spieler aus anderen Kulturkreisen holt. Und Rodrigo ist ja dann noch mit einer kleinen Odyssee von Frankfurt ausgeliehen, nach Polen, da dann nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Da weiß man natürlich nie so 100 Prozent, was man kriegt. Unser Scouting kannte den Spieler schon länger und war felsenfest davon überzeugt, dass er uns weiterhilft. Und da haben sie recht gehabt. Dann fragt Alexander Berthold, wie hatte die Widerstandsfähigkeit nach den beiden Gegentoren gefallen? Ja, ich glaube, dass wir in dem Bereich den größten Schritt gemacht haben, jetzt in der Zusammenarbeit der letzten zwei, drei Monate. Ich kann mich an einige Spiele letztes Jahr erinnern, wo die Mannschaft regelmäßig dann, wenn sie zurück lag, nicht wieder zurückgefunden hat ins Spiel. Und wenn ich jetzt dieses Jahr sehe, wie wir in Bochum zurückgekommen sind, heute zwei Rückstände, auch wie wir nach dem Rückstand in Sandhausen weitergespielt haben, nach vorne gespielt haben, das ist schon große Klasse und zeigt auch den Charakter der Mannschaft. Die glauben an sich, die Jungs, die pushen sich gegenseitig, die ganze Bank geht mit, alle sind zu 100 Prozent dabei. Und da sieht man, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die so schnell nichts umwirft. Und deswegen ist es für mich auch keine Frage, wenn wir zurückliegen, dass wir trotzdem das Spiel immer noch biegen können. Heute gab es einige Elfmeter. Dahingehend fragt Alex Heger von Rock Antenne. Wie schätzen Sie die Situation beim zweiten Elfmeter ein? Ich habe es noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn der Schiri das pfeift, dann wird es einer gewesen sein. Dann bleiben wir auch bei den Toren. Michael Ackermann möchte gerne wissen, hättest du Bubala so einem Tor zugetraut? Nein. Ich musste mich auch erst mal umdrehen zur Bank und fragen, war das jetzt Knolli oder Buba? Ich glaube, Buba konnte es selber so gar nicht richtig fassen, aber ich habe gerade schon scherzhaft gesagt, mein Training schlägt an. Spaß beiseite. Richtig cool erstmal, dass er die Zone besetzt hat, weil das ist tatsächlich etwas, was uns wichtig ist, dass diese Zone hinten besetzt ist. Dann auch in dem Moment von dem Außenverteidiger. Er ist ruhig geblieben, hat einen super ersten Kontakt und spielt den Ball wirklich bewusst da hinten rein. Es war kein Zufall, sondern es war gewollt. Von daher Chapeau. War ein tolles Tor. Dann möchte Frank Sorgatz von Regionalsport gerne wissen, etwas überraschend saß Knolli auf der Bank. Lag es an seinen Rückenproblemen oder hatte es andere Gründe? Ja, auf der einen Seite konnte Knolli nicht zu 100 Prozent trainieren. Trotzdem war er aber absolut spielfit und habe mich heute für eine andere Aufstellung entschieden und das gehört auch dazu. Knolli hat das super aufgenommen und hat die Mannschaft vor dem Spiel noch mal heiß gemacht. Von daher bin ich da mit seiner Rolle heute auch, als er reingekommen ist, mehr als zufrieden. Und dass sein Anspruch ist, auf dem Platz zu stehen, das ist selbstverständlich. Das geht nicht nur ihm so, sondern auch einigen anderen, die heute auf der Bank gesessen haben. Aber die Saison ist lang. Wir brauchen alle Spieler und Knolli ist ein elementarer Bestandteil, ist absoluter Führungsspieler bei uns. Und da spielt es dann auch keine Rolle, ob man 34 Spiele von Anfang bis Ende auf dem Platz steht oder ob man ab und zu auch mal dann von der Bank kommt. Kommen wir noch mal zu Rodrigo zurück. Dahingehend möchte Andreas Hart gerne wissen, wie verständigt ihr euch mit ihm? Versteht er alles, was du willst? Ja, Rodrigo kann tatsächlich Deutsch verstehen. Wenn es dann in die Tiefe geht und wenn man taktisch komplexere Sachen machen möchte, dann ist es schon eher auf Englisch. Das ist deutlich besser bei ihm. Und Robin Himmelmann kann sehr gut Spanisch. Der kann dann auch mit ihm wirklich auf Spanisch noch zu 100 Prozent alles klären. Aber das ist die Fußballer-Sprache. Das funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, ist ein ganz offener, toller Charakter, der sich alles auch mit den Augen beibringt, was auf dem Fußballplatz passiert. Von daher, das läuft sehr gut. Dann war es bis hierhin. Aktuell gibt es noch keine weiteren Fragen. Deshalb noch mal in die Runde die Frage gestellt. Habt ihr noch... Oh, Michael Erkermann. Entschuldigung. Deine Frage habe ich komplett vergessen. Und zwar möchte er gerne wissen, wie riskant war es, zwei Innenverteidiger auf einmal zu wechseln. Ein schwarzer Tag für Abovor. Ist er verletzt? Auch bei Jackson war es so, dass er unter der Woche nicht voll trainieren konnte. Immer wieder Wadenprobleme hatte. Und ich glaube, dass die drei hinten auch in der ersten Halse wirklich viele Brände löschen mussten und dass man dann in der einen oder anderen Situation nicht so gut aussieht. Wie gesagt, das wussten wir vorher. Die Nürnberger haben ja auch Qualität an der letzten Linie. Von daher war das dann am Ende eigentlich eher ein taktischer Wechsel. Wir wollten A noch mal frische Spieler bringen. B guckt man dann, wie kann ich was hinschieben. Knolli ist natürlich in der Spieleröffnung mit seinen Diagonalbällen nicht richtig stark mit dem linken Fuß. Und ich glaube, dass es ganz gut aufgegangen ist, dass wir da noch mal auf Viererkette umgestellt haben. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Spielkontrolle und konnten den Gegner noch wieder ein bisschen besser bespielen. Aber ja, hat am Ende nur für einen Punkt gereicht. Gut. Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, ich schau noch mal ganz kurz rein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank und euch einen schönen Abend. Tschüss.